Hi, ich bin Christian Lehr und ich bin am 06.05. beim Thomann Acoustic Day dabei, zusammen mit meiner wunderbaren Kuhns Gitarre, dem Andreas Kuhns, der das wunderbare Instrument gebaut hat. Wir werden dort viel Spaß haben, Fragen beantworten, Workshops machen, Konzerte geben, tolle Preise gibt es zu gewinnen und ich hoffe, ich sehe euch dort. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.